Cameron Diaz und Benji Madden verstehen sich weiterhin gut. Aber es ist frisch. Wir haben noch nicht mal viele Bilder von ihnen gemeinsam. Laut Angaben von People Magazine schmieden die beiden bereits große Pläne. Das Magazin berichtet, es ist früh, aber sie haben schon über eine Ehe gesprochen. Und gemessen an diesen Bildern läuft die Beziehung wirklich hervorragend. Laut People verbringt Benji so viel Zeit bei Cameron, dass es so wirkt, als würde er bereits dort leben. Sie sehen so glücklich miteinander aus und Cameron sah schon jahrelang nicht mehr so glücklich aus. Offensichtlich begleitete der Good Charlotte-Sänger seine neue Freundin auf einem Trip nach Florida, wo er ihre Familie kennenlernte. Und es wurde berichtet, dass es wichtig für Cameron schien, dass Benji ihre Familie trifft. Und sie sah stolz aus, ihn jedem vorzustellen. Vielleicht können wir eine Hochzeit erwarten. Wir wussten ja bereits, dass alle verrückt nach Cameron sind.